Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zum zweiten und vielleicht letzten Challenge-Tag, was wir alle nicht hoffen, das würde bedeuten, dass ich verliere und du gewinnst. Ballerburg. Genau, das ist ein Spiel, da muss man damals die Burg des Feindes niederreißen, das kann man auch bei Boomblocks zocken im Multiplayer-Modus. Und genau das machen wir jetzt ich gegen dich im Multiplayer-Modus. Ich ziele hier, ich habe zwei Würfel, sieht man unten. Immer abwechselnd? Zur Verfügung, immer abwechselnd. Boah! Boah, was machst du da? Und wichtig ist, dass man eben die Kristalle des Gegners aus dem Feld befördert. Kannst du dich irgendwie nerven? Nö, ich bin unnervbar. Alter Schwede, du machst ja ernst. Ja natürlich, hier wird nicht zum Spaß, die Boomblocks. Nein, aber da bleibt er noch oben. Hey! So, jetzt mache ich das nach, was du da gemacht hast. Da ungefähr hast du geworfen. Ja, ja, da. PAM! Bleib bitte auf dem Trauen. Ja, nein! So, jetzt bin ich eher on fire. So, wo ist, wo ist, wo ist, da ist er. Warte, ey, mach's mir nur nach, du Pharisäer. PAM! Du Pharisäer, sagt er. Komm, fall runter. Komm, mach keinen Scheiß. Nein! Das ist nicht gut, das ärgert mich. Da bin ich wieder da. So, bin ich jetzt dran? Moment, Moment. Moment, Moment. Wie normaler? Ja, du hast nochmal. Du hast noch drei. Alter. Das ist, das folgt nämlich so einem ganz bestimmten Prinzip. Nicht jeder hat immer die gleiche. FAM! Sondern, oh, das war immer nix. Das war immer ein bisschen Lascho. Mist. Das ist okay. Damit kann ich Lebo an. FAM! Ah, das war auch gut, danke dir. Das ist ja wohl ein Witz. Einen hast du noch, aber die Zeit macht ticke tock. FAM! Los, runter jetzt mit euch. Ja, zum Glück wirfst du ihn. Ja, okay. Was, das ist die Wie? Das halbes Mädchen. Ah, der hat vorhin auch noch gezählt. So, warte mal hier. Oh, lass mal mal eine Burg stehen. Ernsthaft. Ja, das war jetzt nicht so gut. Doch, die plumpsen noch da alle runter. Natürlich war das gut. Da hab ich, siehst du, da in der Mitte hat ich noch gar nicht versucht. Ah, aber das ist noch nicht so. Oh, da hinten hat er seinen Schatz in der Burg. Jungen, jetzt war ich mal schön platter. Nee. Boah, der ist aber nicht rausgefallen. Das ist sehr ärgerlich. Ach, scheiße. Das könnte mir gar nicht so schlecht gewesen sein. Hör mal auf bitte jetzt. Das ist wirklich Schluss. Nein, das wollte ich so eigentlich gar nicht. Aber das ist gar nicht so schlecht. Habe ich jetzt mal schön alles offeriert. Der Felix, ne? Aber das sind nur drei Bälle. Der Felix ist mein persönliches Kroatien. Heute Abend. Päh! Oh, das ist nicht gut. Das sind alle auf einem Haufen. Wollte man da mal reinwerfen oder was? Nö. Nee, das gefällt mir nicht. Der Colin fragt gerade, wonach sich die Anzahl der Bälle bemisst. Tja! Das weiß niemand. Nicht mal der liebe Gott, lieber Colin. Es wird auch nicht hinterfragt. Ich habe keine Ahnung. Es wird irgendwie verteilt. Ich weiß leider selber nicht, wie das mit den Punkten funktioniert. Aber ich werde jetzt erstmal hier... Ich habe nur zwei Würfe. Das ist nicht so viel. Ja. Ja. Aber du bist mit Punkten nah dran. Das ist... Du hast auch zwei Punkte. Zwei Bälle. Oh, das tut weh. Alter! Hallo! Wo ist der denn abgefeiert? Juhu! Das ist ja voll der Schwung. Da hinten sind so kleine Blöcke, die so eine Art im Bestand sind. Ja, das... Hallo. Hast du wunderbar gemacht. Ich bin weg. Du bist noch da. Da bin ich. Oh, das ist ja super mies. Ernsthaft. Komm. Nicht beschweren. Aber jetzt hast du schön alles freigelegt. Das ist nicht schlecht. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Jetzt muss ich hier auch mal in die Vollen gehen. Ich habe drei Bälle. Oh, das... Das... Oh. Oh, das wird eine ganz knappe Hose hier. Hör doch auf, künstlich Spannung zu erzeugen. Du hast doch schon gewonnen. Bleib drauf! Oh! Oh, wenn der drauf geblieben wäre, dann hätte ich echt problematisch. Probleme gehabt. Das ist nur ein Ball. Dieser kleine Block, ne? Weißt du, der sieht so unscheinbar aus. Ah, nein! Bleib... Der zählt in der... Doch, der zählt, dann zählt er nicht. Verdammt! Was echt ist denn? Schau mal, da links ist er doch. Links, schau mal nach links. Ja, ich sehe ihn. Der ist super. Das bricht mir jetzt das Genick. Du hast vier Würfbälle. Eins. Verdammt, jetzt habe ich den einen da noch an der... Ah, was ist das denn? Irgendwas ist... Achso, das ist nur das. Bis nächstes Schirmes. Das sind noch zwei Bälle. Das schaffe ich nicht. Das ist ja wie beim Bowling, wenn man da... Was war denn das für ein Eierwurf? Du hast noch einen, einen Wurf hast du noch. Mensch, du kannst mich wie eine Frau werfen hier. Jetzt gib ihm doch keine Tipps hier, das ist ja eine Frechheit. Oh, 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 oh. Oh, oh, der fällt, der... Oh, oh. Passiert nichts. Da hast du Glück gehabt, da hast du noch Punkte bekommen. Ich habe jetzt aber drei Würfe. Wie kriegst du noch so viel Speed? Ja, einfach schnell werfen. Nicht feste, sondern schnell. So. Das war's, ne? Warten wir jetzt hier. Das war's. Ein Wurf hast du noch. Das müsste es gewesen sein. Außer hinter dem einen ist noch ein roter Versteck. Das wäre sehr schön. Yay, Party! Juhu! Lolls. Juhu! Das ist ja wirklich... Da kann ich mich ja nicht mal ärgern, ne? Das ist ja nur irgendwie so diese Wurfbewegung. Wer einmal im Las Vegas Urlaub war, der hat schon einen Vorteil dieser Bewegung hier. Was heißt Las Vegas? Da muss man so machen. Scheiße, gab's jetzt so oder so? Der Widerstand ist ein anderer. Gegen alle Widerstände kommt jetzt der PC-Bereich. Uah!